Als Paul die Bäckerei verließ, sah er gegenüber an der Bushaltestelle den Mann wieder. Er trug für den noch kühlen Morgen viel zu dünne Kleidung und eine schwarze Sporttasche. War er bei ihr gewesen? Paul eilte zu seinem Auto und behielt die Haltestelle im Blick, bis der Bus einfuhr, zwei Leute ausspuckte und den Mann aufnahm. Pauls Herz hämmerte gegen die Rippen, während er hinter dem Bus herfuhr. Er hatte seinen Besuch für heute angekündigt. Sie empfing in der Nacht davor ihren neuen Liebhaber? Das konnte sie nicht mit ihm machen. Kurz erwog er, zu wenden und sie zur Rede zu stellen. Was sollte er hier? Den Kerl stellen? Und was dann? Sich prügeln? Im Klarmachen, dass er das Feld zu räumen hatte? Ihm drohen? Womit? Der Bus hielt. Der Mann stieg als zweiter aus und überquerte die Strasse. Wenig später betrat Paul das kleine, dämmerige Kaffee. Die Frau hinter der Theke polierte Gläser. Ein Regionalsender nervte mit überdrehter Fröhlichkeit. Der Mann saß über einem Frühstück. Er sah nicht auf. Paul orderte eine Melange und deutete nach hinten. Die Kellnerin nickte. Sie hatte ihn ohne Frühstück weggeschickt, dachte Paul und spürte einen leisen Triumph. Er trat an den Tisch, zog den Stuhl zu sich und ließ sich nieder. Der andere blickte auf. Sie maßen einander. Was willst du? Hat Raufer dich geschickt? Raufer? Das war doch der Kerl, der Regina bedrohte. Was hatten die beiden miteinander zu tun? Paul ließ sich Zeit mit der Antwort. Sein Gegenüber wirkte nervös. Er drückte die Schulter nach hinten und kniff die Augen zusammen. Sein rechtes Bein wippte. Paul spürte die Vibration, als die Kellnerin seinen Kaffee vor ihn hinstellte. Das Porzellan klirrte leise. Sie starrten einander an. Ich kenne dich nicht, sagte der Mann. Paul schwieg. Was willst du? Paul rührte seinen Kaffee um und nahm einen Schluck. Du solltest dir gut überlegen, was du tust, begann er. Sie hat mir alles über dich erzählt. Wovon zum Teufel redest du? Sein Gegenüber schob seinen Teller von sich und beugte sich vor. Man kann schneller wieder im Gefängnis sein, als man denkt. Zwei Mädchen, sagte Paul aufs Geratewohl. Oder drei? Der Mann sog die Luft ein. Wir können reden, sagte er knapp. Aber nicht hier. Sie traten aus dem Schatten des Vordachs. Paul starrte auf den breiten Rücken, den senigen Nacken des Mannes vor ihm. Ein Boxer, dachte er. Stark. Wendig. Wahrscheinlich brutal, wenn es drauf ankam. Plötzlich, völlig unerwartet, schnellte der Mann herum. Er maß Paul von Kopf bis Fuß, den linken Mundwinkel leicht nach unten gezogen. Raufer also, startete Paul einen Versuch, den anderen erneut zu verunsichern und schob das Kinn vor. Du scheinst Probleme anzuziehen. Du scheinst Probleme anzuziehen. Aber funktionierten immer noch. Du wirst meine Frau in Ruhe lassen. Du wirst meine Frau in Ruhe lassen. Pauls Hand schoss vor. Pauls Hand schoss vor. Du Arschloch. Der andere duckte sich weg. Pauls Schlag ging ins Leere. Er fand nun mit Mühe das Gleichgewicht wieder. Schwer atmend wandte sich Paul ab. Ich will ihn auf den Knien sehen, dachte er, auf den Knien. Das dritte Mädchen, begann er wie beiläufig, als redete er zu sich selber, wurde nie gefunden. Das Gesicht des Mannes verschloss sich. Seine Augen aber blieben hellwach. Eine Ader an seinem Hals pochte. Die Sehnen traten hervor. Volltreffer, dachte Paul. Er hat Angst. Es gibt eine Mappe. Fein säuberlich zusammengetragene Beweise. Eine Dokumentation der damaligen Ereignisse, wenn du so willst. Er wandte sich um. Der Mann stand wie eingefroren da. Das dritte Mädchen. Paul warf ihm einen raschen Blick zu. Du weißt, wovon ich rede? Das dritte Mädchen könnte unvermutet auftauchen, oder das, was noch von ihr übrig ist. Jetzt hatte er ihn. Der Mann presste die Lippen aufeinander. Sein Brustkorb hob und senkte sich. Die Sehnen am Hals wie Seile. Und? Krächzte er. Ich lasse dich davonkommen, erklärte Paul. Es ist niemandem damit gedient, alte Geschichten auszugraben. Der Mann atmete hörbar aus. In seinem Blick wechselten Hoffnung, Wut und etwas, das Paul nicht zu deuten vermochte. Meine Bedingung? Du siehst meine Frau nie wieder. Du rufst nie mehr an. Du verschwindest, als hätte es dich nie gegeben. Ein Regelbruch. Und du verbringst dein restliches Leben hinter Gittern. Die Mappe. Ich möchte die Mappe sehen, sagte der Mann. Es klang wie eine Frage. Weltklasse, dachte Paul. Er hat angebissen. Das wird dich etwas kosten, erklärte Paul, einer plötzlichen Eingebung folgend. Fünfzehn. Zwanzigtausend ist sie sicher wert. Er grinste. Sein Plan war gut. Ohne die Zusammenhänge genau zu kennen, hatte er den wunden Punkt getroffen. Er würde das Geld kassieren. Strafe muss sein. Kennst du den Parkplatz im zweiten Bezirk? Paul beschrieb die nähere Umgebung. Ein, zwei markante Gebäude. Übermorgen. Um acht am Abend. Ich warte nicht. Ich bringe die Mappe mit. Du das Geld. Du kommst allein? Paul nickte. Er würde sich absichern. Seine Waffe einstecken. Ja, sagte er. Keine Tricks. Er fühlte sich gut. Stark. Zufrieden. Er würde sich rächen. Den Kerl vernichten. Alles im Rahmen der Gesetze. Es war ganz einfach. Er würde Sieger bleiben. Auf allen Ebenen.